Du denkst, du weißt, was Wirklichkeit ist und was nicht. Was gut ist und was böse. All das vergiss nun. Begleite mich. Willow. Wir suchen nach dem Zauberer Willow. Man sagte mir, ihr hättet vor langer Zeit die Mächte des Bösen besiegt. Ihr erinnert mich an eure Mutter. Mein teurer Freund. Ich hoffte all das verhindern zu können. Das war ein Irrtum. Mein Bruder wurde entführt. Die Welt braucht euch wieder, sie braucht eure Magie. Folgt mir. Wir müssen gehen, über den Rand unserer Welt hinaus. Ins Reich des Unbekannten. Willow. Du musst uns helfen. Genau wie damals. Angreifen, rennen, reiten, aufruhr, aufruhr. Kuss das Ende. Unser wahrer Feind ist noch dort draußen und scharrt die dunklen Mächte um sich. Und das Einzige, was ihm im Weg steht, sind wir. Ich werde das genießen. So wie ich, wenn ihr dasselbe meinen. Das würde ich sehr bezweifeln. Bringt ihn in mein Zelt und fesselt ihn. Ich weiß nicht, das klingt schon nach dem, was ich meinte. Als Kind habe ich gern so getan, als wäre ich ein Zauberer, der neue Welten betritt, gegen Monster kämpft. Lauf! Ich hätte nie gedacht, dass dem wirklich so sein würde. Verdammt, was ist das? Trolle. Die haben uns noch gefehlt. Wir müssen uns beeilen. Wie willst du uns besiegen? So wie letztes Mal. Mit meinen Freunden. Wir müssen uns beeilen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020